servus meine lieben freunde willkommen zurück zu einer neuen folge von one piece odyssey bereiten wir uns doch mal vor was da abgeht aber eigentlich jetzt mittlerweile rein ich soll ein urzeit krebs finden urzeit krebs habe ich schon wieder gesagt sorry menschenskinder ihr wisst was ich mein mann warum sage ich urzeit krebs die ganze zeit passt gar nicht umzugskrebs ist das ist es es Ja, da, 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 da. Okay, kann ich... Aber besser dort, anstatt jetzt durch einen halben Park zu laufen. Oh! Machst du auf Baba? Da oben wollte ich noch gucken. Ich glaube, da oben ist noch ein Würfel für jemanden. Ja. Okay. Jetzt ist Ruffy offiziell das stärkste, aber Ruffy kann, glaube ich, keine mehr einsetzen. Ne. Nicht schlecht, Herr Specht. Da oben ist halt, glaube ich, nichts. Aber nicht so schlimm. Das war ja klar, dass der den mitnehmen will. Ne, das war ja klar, dass der den mitnehmen will. Er tauscht sich mit Glissop aus. Ganz gewiss nicht. Das ist dann. Ah, so. Das war ja klar, dass der mitnehmen ist. Ganzer mein Mann. Achso. 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 Gar nix. Ich würde einen Blumen-Gernstern. Ich bin ein bisschen böse, aber nur ein bisschen. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Eis hier doch auch noch. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe nur geguckt, wo es so ein Eis ist, wo man was kaufen kann. Aber den finde ich ja eh irgendwann mal wieder. Was fällt der denn? Wer ist das denn? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Oh, schade. Oh, schade. Los geht's! Alles gut. Ich hab manchmal noch so'n komisch, auf einmal so'n Ohrwurm. Nicht gut. Die Echse da, ey. Ich hab aber keinen Bock auf diese Echse, wenn ich ehrlich bin. Oh, hier auf die Pflanze. Wenn wir jetzt schon da sind, wir hätten, das ist das Grand Line Quiz Nummer 2. Ah, ja. Ah, ja. Hm. Blaue ... 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 Ich habe schon wieder hier, dass ich schon mal hierher bin. Merde! Ich bin der Wunschweig. Ich bin der Wunschweig. Juhu! Gut gemacht, Luffy! Ich habe alles, das ich mir gezeigt. Soll ich? Was ist das? Das ist das Wurzuch. Ich möchte das Wurzuch und den Wurzuch mit dem Wurzuch. Wir haben noch ein Gelegenheit. Wir haben auch noch eine Gelegenheit. Das wird noch besser. Ich werde mich noch besser bereuen. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Ich werde mich noch nicht mehr machen. Ich werde mich noch nicht mehr machen. Das ist ein Mann. Okay, ich habe jetzt schon Geschichten gehört über dieses Viech. Okay, ich habe jetzt noch eine Chance, dass ich es nicht mehr so machen kann, dass ich es nicht mehr so machen kann, dass ich es nicht mehr so machen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird nicht mehr lange dauern. Der 10 Tonne haben wir schon geil. Der 10 Tonne haben wir schon gesehen. Ja, ein Kollege von mir hat gesagt, er hat ein bisschen länger gebraucht bei der Robbe mit Lissow. Aber ich habe ihn noch in Unmacht gesetzt und habe ihn auch fallitioniert. Der wird mich so hassen. Dann wird es mir safe nicht glauben. Wann war es ungefähr? 18. Minute, äh 18. Passt. Dann schicke ich ihm später einen kurzen Teil von dem Video. Ich heimer kurz jetzt gerade die SP, weil ich habe eine böse Vermutung. Nein, Nami kam danach, kam Lissop. So, wir können es lassen. So, da war es. Nein, 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 nein. Ich habe seitdem ich ein Video gesehen habe, Bananokokokodil. Ach, bitte nicht. Lasst es doch. Die ist schon geil, schneide ich, die Robbe. Was habe ich denn für eine gute Attacke, die komplett geht? Nur die wieder. Klar, mit Zorro kann ich alles schaffen, du. Ich bin jetzt Punch. Widerstand. Swing Arm. Widerstand. Thunderbolt. Widerstand. Nein, dann hat er noch. Boah, der ist aber stark. Widerstand. Da ist alles wieder. Kinzer nutzt. Gea 2nd. Gea 2nd. Geat in! Gea 2nd. Gea 2nd. 14.000 berry hat er gehabt, aber gut, Geld ist Geld, ne? Oh, die Attacke ist so geil. What's all, Alter, du bist aber auch böse. Ah, ups. Nicht gelesen. Passiert. Oh, die Kleine. Oh, die sind wir. Ich bin jetzt ein paar Minuten. Ich bin jetzt ein paar Sachen, was ich machen kann. Ich bin jetzt ein paar Sachen. Oh, das ist gut. Ich bin jetzt ein paar Sachen, was ich? Ja, ich bin jetzt ein paar Sachen. Rimm, bitte. Ja, das war's. Oh, ich hab den darf die Würfel nicht anfassen, Krankheit. Oh, wir können den bestimmt nicht rufen, ne? Ich spür's jetzt schon im Urin, ey. Ich spür's im Urin. Ich hab's im Urin, ich sag's euch. Wir kommen so nicht raus, also nicht auf normalem Wege. Ich sag, ich bin jetzt schon der Meinung, dass wir's nicht schaffen werden. Also wenn's schon so ist, dann... Ich hab eine böse Vorahnung. Nee, du hausch eh ab, geh weg. Du bist eh doof. Du tust nicht das, äh... Du bist nicht so... Du bist nicht so... Das ist auch nicht so cool. Brauch? Auper sein, ich sag es nicht, dass wir wieder nach diellä abbekend nehmen. Alle gucken, aber... So... Du hast behast, wie du? Die Reifen Das ist ein wunderbarer Akt. Nicht der Verzweiflung, sondern der... ...dannier. Okay, so ein bisschen. Wir müssen die Kürze ab. Wow! Der Kürze ist entstand. Was geht's? Wenn die Kürze zerbaut, dann wird die Kürze nicht so schwer. Entschuldigung. Das ist gut. Der Kunde hat den Kunde gegründet. Soll das Kunde beobacht. Was ich? Was ist das Kunde? Was ist das Kunde? Der Kunde wird gespeichert. Das ist sehr klein. Wenn ich hier den Kunde ein Kunde einseitig aufbauen, das ist... Das ist das Kunde, mit einem Kunde. Das ist das Kunde. Das ist also das Kunde. Das ist gut, oder? Ja, das ist gut. Los geht's zurück. Okay. Wir machen aber auch jetzt dann hier, jetzt gucken wir noch mal später, dann machen wir einen Schnitt. Erkunden wahrscheinlich noch mal kurz ein bisschen die Insel. Machen kurz ein Lagerpäusle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.